So würde ich die Abschlussprüfung 2017 b1 rechnen. Als allererstes haben wir eine Logarithmusfunktion und wir sollen, wie das so oft der Fall ist, die Definitions- und die Wertemenge uns anschauen. Wenn man das nicht mehr genau weiß, dann guckt man sich das gleich in der Formelsammlung ein. Auf Seite 34 findet man unten in der Formelsammlung die Logarithmusfunktion. Die allgemeine y ist der Logarithmus von x zur Basis a. Die Definitionsmenge, das bezieht sich immer auf das x, ist r+. Das heißt, dieses x im Allgemeinen muss größer sein als 0. Dementsprechend muss in meinem Fall x-1 größer sein als 0. Denn bei uns steht nicht ein x, sondern bei uns steht x-1 an dieser Stelle. Der Bereich muss größer 0 sein, also bringe ich das mit plus 1 auf die andere Seite. Dann muss mein x immer größer als 1 sein und das ist meine Definitionsmenge. Die Wertemenge, und das sind meine y-Werte, die sind immer r. Und nachdem wir das ja hier identisch haben, ist auch hier meine Wertemenge immer r. Können wir uns ja auch hier anschauen. Wir sehen schon, das Ganze wird asymptotisch an die 1 herangehen. Und das war eben der Fall, wenn an dieser Stelle das Ganze 0 wird. Das darf nicht 0 werden und darf auch nicht kleiner 0 werden. Aber von meinen y-Werten wird alles erreicht. Auch wenn das sehr schleppend nach oben geht, wird das hier gegen unendlich gehen. Und damit haben wir unsere Wertemenge gleich alle Zahlen, die hier definiert sind. Nämlich die Menge der rationalen Zahlen. Da immer bitte die Formbesammlung aufschlagen bei jeder Funktion. Dann kann man sich das nochmal in Erinnerung rufen. Bei der Aufgabe 1, 2. Oder nee, wir sind noch gar nicht fertig. Bei der 1, 1. Denn die Zeichnung steht hier noch aus. Und da muss ich ergänzen. Eigentlich hätte es gereicht, das Ganze im Intervall von 1,5 bis 11 zu zeichnen. Das heißt, ab hier und ab hier unten hätte man es nicht mehr zeichnen müssen. Das ist nur mit meinem Geometrieprogramm nicht möglich, dass man das hier eingrenzt. Das Koordinatensystem soll von 6 bis minus 6 und von minus 1 bis 12 sichtbar sein. Ja, aber der Graph oder das Intervall des Graphen reicht von 1,5 bis 11. Das habe ich hier nochmal notiert, weil das sonst in die Irre führen könnte. Das allein gab es schon vier Punkte. Bei der nächsten Aufgabe heißt es jetzt, dass der Graph der Funktion durch Achsenspiegelung an der x-Achse und dann durch Parallelverschiebung auf den Graphen f2 abgebildet wird. Der f2 ist schon gegeben. Nun, wir gehen schrittweise voran. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, was Achsenspiegelung bedeutet. Und da wissen wir, wenn wir gut aufgepasst haben, dass eine Achsenspiegelung heißt, also Achsenspiegelung an der x-Achse, dass der x-Wert gleich bleibt und dass mein y' minus y ist. Das können wir das Ganze auch in der Formelsammlung nachschauen. Da können wir bei der Achsenspiegelung nämlich sehen, dass es sich um eine Matrix handelt, die ich mit einem Skalarprodukt verwenden kann. Und wenn ich hier den Wert für phi gleich 0 setze, erhalte ich genau diesen Weg. Oder man merkt sich einfach, Achsenspiegelung an der x-Achse gilt diese Abbildungsvorschrift. Gut. Das heißt, ich muss quasi diese Funktion mit einem Minus vorne dran verzeihen. y' ist quasi ein Minus und dann nochmal der komplette Term hier dazu. Mein x' bleibt gleich. Weiter geht's. Wir machen noch eine Parallelverschiebung. Und durch die Parallelverschiebung soll man auf genau diesen Wert kommen. Hier vorne ist klar, wird das Minus und Minus zum Plus. Das heißt, wir haben bis zur Basis eigentlich dann alles identisch stehen. Nur aus dem hier, aus x-1, wird ein x. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was hier passiert. Hier kommt ein Plus 1 dazu. Schauen wir uns. Und hier kommt ein Plus 0 dazu. Das ergänzt sich, weil das werden wir gleich sehen, woran das liegt. Denn unsere Logarithmusfunktion, die ist ja im Allgemeinen so geschrieben. Und wenn ich hier x-b plus c habe, heißt es so viel wie, das b ist das, was auf der x-Achse verschoben wird. Und das c ist das, was auf der y-Achse verschoben wird. Das heißt, wenn ich hier ein Plus 1 dazu zähle, dann wird auf der x-Achse nach links verschoben. Und wenn ich eben Plus 0 dazu zähle, dann wird auf der y-Achse gar nichts verschoben. Das heißt, mein Vektor ist hier Minus 1 und 0. Also ich verändere das, indem ich Plus 1 dazu nehme. Und das bedeutet, meine komplette Logarithmusfunktion wird um 1 nach links geschoben. Und hier hinten ändere ich nichts. Also es geht nicht nach oben und unten. Deswegen wird hier der y-Vektor oder an der y-Stelle der Vektor um 0 verschoben. Mein Verschiebungsvektor ist also Minus 1, 0. Um hier also zum Ergebnis zu kommen, muss man zuerst die Achsenspiegelung durchführen und sich dann überlegen, wie komme ich eben von dieser Funktion, von der Achsenspiegelung, eben dann zur Funktion am Ende. Das muss ja durch Parallelverschiebungen stattgefunden haben. Und da gucke ich mir den Term hier an. Und muss ich natürlich auch hinten anschauen. Da ist zwar nichts passiert, aber nichts bedeutet ja in Mathematik auch manchmal 0. So, dann muss man das Ganze noch einzeichnen. Da auch wieder sollte man es nur vom Intervall von 1,5 bis 11 zeichnen. Da ist bei mir leider etwas mehr passiert. Bei der Aufgabe 1, 3 geht es jetzt darum, die Rauten einzuzeichnen. Also ich gehe einfach für x gleich 2,5 hierhin und hierhin. Mein Punkt a ist dann auf dem unteren und mein Punkt c1 ist auf dem oberen. Weil ich ja eben beide auf einem Graphen habe, kann ich da eigentlich direkt hingehen. Ich muss es gar nicht direkt berechnen, weil meine Graphen habe ich ja sauber gezeichnet. Also gehe ich an die Stelle 2,5. Unten ist der a1, oben ist der c1. Das sieht man eigentlich ganz genau, wenn man die Graphen richtig beschriftet hat. Das gleiche machen wir bei 8,5. Wir gehen auch hier rauf und hier runter. So, und nun wissen wir, dass das Ganze eine Raute sein muss. Und wenn man in der Formelsammlung bei der Raute schaut, steht drin, dass sich die Diagonalen jeweils halbieren. Das heißt, wenn ich hier die Strecke nehme, a, c, den Mittelpunkt, dann weiß ich, dass hier der andere Diagonalen Schnittpunkt sein muss. Und jetzt weiß ich, dass diese Strecke b, d, 6 cm lang ist. Also gehe ich 3 nach links und 3 nach rechts. Genau so mache ich das hier. Ich nehme den Mittelpunkt, gehe hier 3 nach links und hier 3 nach rechts. Dann habe ich die beiden Punkte b1 und d1 auch noch gezeichnet. Aufpassen, b1 muss hier sein und d1 muss hier sein, weil es muss auch einen richtigen Drehsinn ergeben. A1, b1, c1 und d1. So, und jetzt, wenn wir die Streckenlänge a, n, c, n berechnen wollen, dann ist das ja wunderschön, weil die übereinander liegen. Sie haben dieselbe x-Abszisse. Das heißt, so viel wie, dass sie parallel, die Strecke parallel zur y-Achse verläuft. Das heißt, ich kann den oberen Wert, den y-Wert von c, minus den unteren Wert, den y-Wert von a berechnen. Ich muss gar nicht aufwendig eine Streckenformel verwenden. Und dementsprechend, mein y-Wert von c, das ist ja gerade der hier oben, ja, weil auf dieser Parabel meine Punkte c liegen. Und der y-Wert von a ist gerade der Term hier unten. Und die kann ich dann voneinander abziehen. Also steht, das hier, minus das hier. Also der y-Wert von c, minus der y-Wert von a, gleich mit Längeneinheiten dahinter, dass wir das sauber haben. Hier muss es sich um eine Strecke handeln. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Umformung. In der Formelsammlung auf Seite 18 kann man das eigentlich wunderbar rausfinden, die Logarithmusgesetze. Als erstes muss ich das minus 1,5 von beiden Termen hier ausklammern. Also minus 1,5 vor die Klammer schreiben. Und dann habe ich nämlich wunderbar einen Logarithmus ohne einen Vorfaktor. Und dann habe ich den selben Logarithmus oder zumindest die selbe Basis. Und dann entsteht dazwischen doch ein Plus. Wenn ich hier minus 1,5 ausklammere, entsteht ein Plus dazwischen. Das heißt, laut Formelsammlung auf Seite 18 darf ich dann den Logarithmus zusammenfassen zur selben Basis und multipliziere das, was dahinter steht. Also in dem Fall x mal x minus 1 oder x minus 1 mal x. Also nochmal Formelsammlung auf Seite 18 anschauen. Hier steht es auch nochmal dran. Minus ausgeklammert oder 1,5 ausgeklammert. Und damit erhalte ich das dann. Da habe ich jetzt noch Klammern gesetzt. Da ist leider eine Klammer zu viel. Es würde hier ausreichen, die Klammer da wegzulassen. Der Witz oder die Schwierigkeit hier war, das minus 1,5 auszuklammern, um dann zu erkennen, dass man das Logarithmusgesetz mit dem Plus und dem Mal zusammenfassen kann. Bei der Aufgabe 1,4, da heißt es dann, die Raute ist ein Quadrat und man soll die zugehörige x-Koordinate berechnen. Da muss man nur kurz nachdenken, hoffe ich zumindest. Denn was ist der Unterschied zwischen einer Raute und einem Quadrat? Nun, bei einer Raute haben wir vier gleich lange Seiten. Das heißt, das ist ja beim Quadrat auch der Fall. Und wir haben beim Quadrat dann auch 90 Grad Winkel. Aber mit Winkel kommen wir hier nicht weiter. Beziehungsweise haben wir keine Streckenlängen a, b oder Seitenlängen der Raute gegeben. Was wir aber haben, ist eine Diagonalenlänge. Die haben wir gerade berechnet. Und in einer Raute sind ja die Diagonalen unterschiedlich lang. Bei einem Quadrat sind sie gleich lang. Das heißt, wir kennen beide Diagonalenlängen und damit können wir sie gleichsetzen. Das ist die Diagonalenlänge ac, die wir gerade berechnet haben. Und die andere Diagonalenlänge bd, die war hier mit 6 gegeben. Jetzt könnten wir das Ganze natürlich in Solver eintippen, aber da wird, ja, ich würde sagen, nicht das vollständige Ergebnis rauskommen. Das werde ich euch jetzt gleich aber mal zeigen. Wir versuchen hier eine Basisumformung, denn mit dem Logarithmus können wir nicht viel lösen. Aber wir können den Logarithmus umformen. Und wir wissen ja, da müssen wir zunächst immer den Vorfaktor auf die andere Seite bringen. Also geteilt durch minus 1,5 gibt minus 4. Und jetzt gibt es in der Formelsammlung Seite 18 einen Trick, wie man hier die Basisumrechnung nimmt. Also man rechnet 0,5 hoch minus 4. Und das ergibt gerade das, was hier im Term dahinter steht. Und jetzt entsteht nämlich nichts anderes als eine quadratische Gleichung. Hier das 0,5 hoch minus 4 gibt 16. Das bringe ich noch auf die andere Seite rüber und setze es damit gleich 0. Denn jetzt kann ich es in die Mitternachtsformel einsetzen. Und dann kommen zwei Ergebnisse raus. Einmal 4,53 und einmal minus 3,53. Das zweite Ergebnis fällt jetzt hier weg. Was haben wir für ein Problem, wenn wir das Ganze in Solver eingeben? Da wissen wir nicht das, oder vielleicht vermuten wir es, aber wir können noch nicht genau sehen, dass es hier sich um eine quadratische Gleichung am Ende handelt. Und dementsprechend spuckt mir der Solver ja immer nur ein Ergebnis aus. Das zweite Ergebnis, das hier wegfällt, das sollte ja aber irgendwie noch dran stehen. Also entweder in Klammern setzen oder man streicht es dann durch. Warum fällt das zweite weg? Nun, unser Definitionsbereich war ja größer 1. Und dementsprechend kann natürlich ein negatives Ergebnis nicht rauskommen. Deswegen kann dieses eine Ergebnis, 4,53, nur zählen. Also aufpassen, nicht immer ist der Solver auch wirklich zielführend. Bei der Aufgabe 1.5 soll man rechnerisch zeigen, dass die diagonalen Schnittpunkte wie in der Angabe ausschauen. Formesammlung Seite 43, da wird eigentlich ziemlich schnell klar, den diagonalen Schnittpunkt M oder den Mittelpunkt einer Strecke berechnet man, indem man die x-Koordinaten zusammenzählt, also zusammenaddiert und durchzweiteilt und das gleiche bei den y-Koordinaten macht. Also ich habe mir hier einfach die Koordinaten der Punkte A und C notiert. Jeweils die x-Koordinaten zusammen und die y-Koordinaten zusammen und das durch 2 geteilt. Formelsammlung Seite 18, ich meine, hier vorne wird es klar, 2x durch 2 gibt genau x, aber was passiert hier? Ich klammer wieder 1,5 aus, weil ich dann zwei Logarithmen habe, die dieselbe Basis haben. Und die darf ich zusammenfassen nach bestimmten Regeln. Dieses Mal steht ein Minus zwischen den beiden Logarithmen. 1,5 habe ich ja schon ausgeklammert. Und das bedeutet nicht, dass mal das, sondern das x geteilt durch x-1 und geteilt ist ja das gleiche wie ein Bruch. Also habe ich hier diese Basisumrechnung und wenn ich jetzt das Ganze noch den Zweier wegbringen will, also ausrechnen will, reicht es ja aus, 1,5 durch 2 zu rechnen, weil damit ja der ganze Term durch 2 dividiert wird und dann kommt genau die Lösung raus, die ich in der Angabe für mein mn habe. Bei der Aufgabe 1,6, da sollen wir jetzt den Trägergrafen der Punkte dn der Rauten bestimmen. Um die Punkte dn zu bestimmen, brauche ich erstmal die Koordinaten von d. So, und da schaue ich mir nochmal die Zeichnung an. Diese ist natürlich etwas verkleinert, nur zur Ansicht. Wie komme ich denn auf meine Koordinaten vom Punkt d, also hier d1 oder hier d2? Nun, wir sollen es in Abhängigkeit der x-Werte von a machen. Ist ja auch klar, weil in Abhängigkeit dieser a-Koordinaten sind ja alle x hier quasi verteilt worden. Das waren ja meine variablen Punkte, von denen auch c abhängig war. So, das heißt, wie kann ich jetzt d darstellen? Nun, mein y-Wert von d ist doch gerade der y-Wert meines Mittelpunktes. Also, der y von d ist 0,75, mal den ganzen Schlauch da hinten. Und diese x, das sind ja die, die in Abhängigkeit von a berechnet worden sind. Das steht noch in der Aufgabe 1,3 so drin, dass die abhängig sind von den Punkten a. Das heißt, mein yd kann ich jetzt so darstellen. Jetzt geht es darum, wie ich meinen x-Wert darstellen kann. Nun, der x-Wert ist ja der gleiche wie beim Punkt m, nur eben 3 weniger. Denn vorher bei der Zeichnung, da bin ich ja 3 nach links gegangen. Also muss ich für meinen xd schreiben, x-3. Ich bringe also quasi meine neuen Koordinaten yd und xd irgendwie in Verbindung mit meinem Punkt a beziehungsweise mit Punkten, die ich eben in Abhängigkeit der x-Werte von a berechnet habe. Und dazu gehört m und c. Und m bringt mich eben hier weiter. So, und jetzt mache ich es einfach so, dass ich eine Gleichung erstelle, wo keine x-Wert von diesem a mehr vorkommen, sondern nur noch x-Wert vom d vorkommen. Das heißt, ich substituiere, ich ersetze dieses x hier oder löse nach dem x hier auf, bringe also das 3 hier rüber, dann steht x ist gleich xd plus 3. Und dieses x setze ich jetzt hier oben ein. Dann habe ich xd plus 3 und unten xd plus 3 minus die 1, die noch hier übrig ist, stehen. und jetzt habe ich eine Gleichung, in dem nur noch die x und y meiner d-Punkte drinstehen und damit habe ich den Trägergrafen. Das ist einfach nur oben x plus 3, x plus 2. Aufpassen, das sind jetzt eben nicht mehr die x-Werte von meinem Beginn, sondern das ist der Trägergraf der Punkte d, also nicht verwechseln. Ich habe das substituiert. Theoretisch hätte ich auch noch stehen lassen können, yd ist gleich und hier xd ist gleich. Das war es von dieser Aufgabe.